Edgar Wallace Das indische Tuch Kapitel 10 Aber noch ehe Farabee antworten konnte, wandte sich Tilling um und verließ das Gasthaus. – Ist das nicht ein netter Kerl? fragte Tom ironisch. – Aber daran ist nur die Frau schuld. – Was halten Sie von hier, Mr. Farabee? – Ach, sie ist reizend und wirklich sehr schön. Tom nickte. – Die macht ihren Mann noch verrückt. Passen Sie auf, der stellt nächstens noch Dummheiten an. Aber dafür kann man ihn denn nicht zur Anforderung ziehen. Farabee trank nicht gern Bier am frühen Vormittag, aber vom Gastzimmer aus konnte er die Gegend ruhig beobachten. Er sah auf die Dorfstraße hinaus und hoffte, dass Isla Crane auf diesem Weg nach Hause zurückkehren würde. Nach einer Weile bemerkte er sie auch. Hastig setzte er sein Glas nieder, trat möglichst gleichgültig auf die Straße hinaus und grüßte sie. Erinnern Sie sich noch an mich, Miss Crane? Sie lachte ein wenig. – Ja, Sie sind Mr. Farabee. Haben wir uns nicht eben schon gesehen, als Sie mit Mrs. Tilling sprachen? fragte sie mit leichter Ironie. – Forschen Sie wieder Leute aus, Mr. Farabee? Warum sind Sie überhaupt hier? – Ich muß eine Menge von Angaben nachprüfen. Es handelt sich diesmal um einen Mann, der hier im Gasthaus wohnte und den man verhaftete, weil er gefälschte Banknoten unter die Leute brachte. – Ach so! – Allem Anschein nach fühlte sie sich erleichtert. Es fiel ihm aber auf, daß sie ebenso begierig war, ihn auszufragen, wie er sie. Er begleitete sie noch ein Stück Wegiges, aber hundert Meter vor dem Hauspartei blieb sie stehen. – Es ist besser, wenn Sie nicht weiter mitkommen, Mr. Farabee, sonst könnte man glauben, Sie wären nicht wegen des Mannes mit dem Falschgeld hier, sondern um den Mord in Max Praiori aufzuklären. Und das würde wahrscheinlich Mylady in große Aufregung versetzen. Plötzlich wandte sie sich um und sah den Fahrweg entlang. Sie besaß ein besseres Gehör als Farabee und hatte die Schritte auf dem Kiesweg längst gehört. Gleich darauf kam ein junger Mann in Sicht, der einen leichten Flanellanzug trug und ohne Hut ging. – Kennen Sie Lord Lebanon? fragte sie leise. – Ich bin ihm schon begegnet, aber ich glaube nicht, daß er sich meiner erinnert. – Guten Morgen, Isla! Der junge Mann sah ihren Begleiter neugierig und fragend an. – Ach, ich kenne Sie, sagte er dann plötzlich und kniff die Augen zusammen, als ob er scharf nachdächte. – Sie kamen mit Mr. Tanner hierher. – Ich weiß auch Ihren Namen. Ferret, äh, Farabee. Sehen Sie, ich habe es doch. – Ein glänzendes Gedächtnis, mein Lord, entgegnete der Detektiv. Das ist aber auch das einzig Gute an mir. Und selbst diese Fähigkeit macht in Marx-Priori keinen Eindruck. – Aber was tun Sie hier? Haben Sie die arme Isla im Verhör? – Er grinste. – Mich hat niemand ausgefragt. Weder Tanner noch der merkwürdige kleine Kerl, der immer bei ihm ist, dieser Sargent Totti. – Ich muß wohl sehr dumm aussehen. – Hast du übrigens Ammersham getroffen? – fragte er Isla. – Ich wußte nicht, daß er hier ist. – Oh, der ist im Schloß. Wir müßten eigentlich immer eine Flagge hissen, wenn er ankommt. Am besten wäre ein grüner Schädel mit zwei gekreuzten Knochen auf gelbem Feld. – Willi! sagte sie leise und vorwurfsvoll. Er lachte nur darüber. – Kennen Sie eigentlich unseren Freund Ammersham? – wandte er sich an Farabee. – Oberflächlich. – Das genügt auch. Es wäre selbst für einen Polizisten überraschend, wenn er ihn durch und durch kennenlernen würde. Uns fällt er hier so auf die Nerven, daß wir es kaum aushalten können. – Er sah nachdenklich auf den Detektiv. – Warum sind Sie eigentlich hier? Wegen dieser verdammten Mordgeschichte? – Mr. Farabee hat mir vorhin erzählt, daß er nichts damit zu tun hat. Es handelt sich um den Mann mit den gefälschten Banknoten, der hier im Dorf war. – Ach ja, ich besinne mich auf ihn. – Wo wohnen Sie denn, Mr. Furby? – Unten im Gasthaus? – Sie hätten doch zum Schloß kommen sollen. Ich bin sicher, daß Mylady nichts dagegen hätte einwenden können, und ich … – Isla sah ihn scharf an, und er brach plötzlich ab. – Ich glaube, daß es im Gasthaus sehr ungemütlich ist, und daß es direkt ein Schweinestall. – Aber Willi, es ist doch ein sehr anständiges Gasthaus, sagte Isla mit Nachdruck. – Und ich habe das beste Zimmer, entgegnete Farabee lächelt, außerdem wunderbar gesunde Beine, auf denen ich schnell das Lokal verlassen kann, wenn es mir nicht mehr passen sollte. – Der junge Lord lachte herzlich. – Sie schlafwandeln doch nicht etwa? – Plötzlich fand er sich verlegen an Isla. – Es tut mir leid, daß ich das gesagt habe. – Ferabee sah zu seinem Erstaunen, daß sie dunkelrot geworden war. – Sind Sie auf dem Weg zum Herrenhaus, Mr. Ferabee? – Dann begleite ich Sie. – Nein, Mr. Ferabee ist nur mit mir gekommen und geht jetzt zum Dorf zurück. – Dann begleite ich Sie dorthin. Isla ging fort, ohne sich zu verabschieden. – Isla, wenn du an Gilder vorbeikommst, der sich hinter den Büschen dort versteckt, rief Lord Lebanon ihr nach, dann sage ihm, daß ich es weiß. Er kann ruhig herauskommen und braucht sich nicht abzumühen. Ich glaube, das Gras ist sehr feucht. Als sie fortgingen, drehte sich Ferabee noch einmal um und sah zu seiner Verwunderung, daß Isla tatsächlich vor den Sträuchern stehen geblieben war, auf die Lebanon gezeigt hatte und mit jemandem sprach, den man nicht sehen konnte. – Ich wußte doch, daß er dort steckt, sagte Lord Lebanon und lachte. Dann nahm er Ferabee am Arm und ging mit ihm zusammen den Fahrweg hinunter. Da er nicht besonders groß war, reichte sein Kopf kaum an Ferabees Schulter. – Es gibt zwei Redensorten über einen Lord. Entweder sagt man »So betrunken wie ein Lord« oder »So glücklich wie ein Lord«. »Betrunken bin ich noch nie gewesen, und es ist schon sehr lange her, daß ich einmal glücklich war. So lange, daß ich es beinahe vergessen habe. Sie haben wohl viel zu beobachten, Mr. Farabee. Sie müssen den Leuten nachgehen und aufpassen, was sie tun und reden. Wenn Sie nun aber einmal selbst beobachtet würden? – Ach, ich kann Ihnen sagen, daß ist eine langweilige Geschichte. – Haben Sie denn schon einmal unter Beobachtung gestanden? fragte Ferabee erstaunt. Lebanon nickte heftig. Obwohl Isla ihn gewarnt hat, folgte er mir, entgegnete er ruhig. Ferabee wandte sich um und entdeckte einen großen Mann, der langsam hinter ihnen den Fahrweg entlang ging. Er erkannte einen der beiden Diener von Marx-Priori. – Es ist eine sonderbare Erfahrung, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Ich muß Ihnen etwas gestehen. Er nahm seinen Arm aus dem Farabees und sah zu seinem Begleiter auf. – Wissen Sie, warum ich fragte, ob Sie mit mir ins Schloß kommen wollten? – Ich wollte nur den Mann ärgern, der hinter uns hergeht, und wenn ich sage »ärgern«, dann meine ich ihm Furchteinjagen. – Wenn ich mich nicht sehr irre, hat er Sie erkannt und weiß, daß Sie ein Beamter von Scotland Yard sind, und davor ist ihm doch etwas bang. – Warum, weiß ich auch nicht, aber man braucht im Schloß nur von Scotland Yard zu reden, dann ist es gleich so, als ob man sich in der Schreckenskammer befindet. – Wo liegt eigentlich Scotland Yard? fragte er plötzlich. Ferabee erklärte es ihm. – Ach so, in der Nähe des Parlaments. Ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wenn ich in den nächsten Tagen in die Stadt komme, werde ich mich einmal ausführlich mit Ihnen und dem Beamten unterhalten, der die Untersuchung des Falles leitet. – Wie heißt er doch gleich? – Ach so, Tanner! Ich könnte ihm Dinge erzählen, die ihm geradezu Spaß machen würden. Sie gingen quer über die Straße zu dem Gasthaus. – Nachdem ich nun getan habe, worüber sich alle ärgern, werde ich sie verlassen, sagte der Lord. – Worüber ärgern sich denn die anderen? – Daß ich mich mit einem Polizeibeamten so eingehend und ernst unterhalte. Ich habe keine Ahnung, daß Gilder besonders dazu angestellt ist, das zu verhindern. Wenn er nun heute Nacht unruhig schläft, freue ich mich wenigstens. Farabee stand in der Tür des Gasthauses und sah Lebanon nach. Gilder folgte seinem jungen Herrn in respektvoller Entfernung.